ich bin damals auf dem demolia server auf demolia.de ja und ich habe euch jetzt etwas wichtiges zu sagen von meiner sicht aus auf jeden fall und zwar geht es heute darum dass ich sehr schlechtes internet habe oder halt dass ich manchmal einfach hits kassiere die richtig komisch sind also dass ich obwohl ich bin obwohl ich mit der ange spiel dass ich übelste hits kassiere und derzeit natürlich palet ok ok dann muss ich jetzt einfach folgen ich kann sie einfach solche hits kann nichts dagegen machen und ich hab ja kann ich nichts dagegen machen ich meine der ping hier sieht zwar nicht schlecht aus der sieht zwar nicht schlecht aus 66 aber es ist halt einfach leggy es legt einfach zwischendrin wo ich einfach 34 hits kassiert die ich normal nicht bekommen und das ist halt einfach richtig scheiße ich kann nichts machen wenn ich also wenn ich mich halt umdrehungen schlagen wenn ich wegrenne mich umdrehungen schlagen ich kassiert trotzdem solche hits und ich weiß nicht was ich jetzt dagegen machen soll weil ich halt auch scheiße für mich wenn ich aufnehmen und dann auch es geht es halt überall so wir schauen jetzt mal dass wir trotzdem irgendwas reißen können das habe ich nicht getroffen mit der angel okay der scheint jetzt nicht so gut zu sein okay aber teilweise kriegt dann auch fallschaden okay ich treffe gerade gar nicht ohne ja da ist zum beispiel ich gebe ihm alle hits aber kassiert trotzdem er ist so heftig teilweise wo ich mir denke habe ich den schlechten ping oder die den guten es ist nicht nur bei ein oder zwei so es ist bei richtig vielen einfach so okay bei dem scheint jetzt einigermaßen zu gehen ich weiß jetzt nicht was der gemacht hat okay da haben wir ihn ja auf jeden fall ist es halt einfach komisch weil ich mag jetzt nicht sagen was die hacken oder so aber es ist halt einfach schon ein bisschen habe ich sage ich anlechtet wie das bei mir aussieht also ich weiß jetzt nicht aber teilweise habe ich so gegner die einfach nicht so gut sind wo ich halt dann doch leichter mal gewinnen aber dann kommt es trotzdem doch auf einmal so normal habe ich auch flüssig fps und so und dann leckt hat man internet ja ok ok er ist auch sein ok ich habe einen absorptionsherz weg er hat vielleicht ein halbes oder ein ganzes weg oh mein gott ok er trifft kann echt gut wir schauen mal ok der waschlicht ok da haben wir sogar zwei jetzt mit dem nice ping oh mein gott was mache ich denn hier ok wir haben beide noch einen apfel ja guck da waren die lags und das ist halt einfach teilweise habe ich einfach keine range weil es tut der lag und es hat sich irgendwie richtig verschlechtert ich weiß auch nicht was los ist alles klar und dann es ist halt einfach teilweise ich habe doch einen goldenen apfel was ok da hat er mir jetzt aber trotzdem gute angel hits gegeben ok 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 den kampf werden wir denke ich mal verlieren die wurde erst mal seine range aus alles klar okay dann machen wir noch einen kampf und zwar habe ich jetzt eine neue maus ist die rat 7 von der kärz die ist eigentlich recht nice er ist auf jeden fall besser als meine andere das war nie ich schau gleich nach und nicht gleich essen ok nice wenn getroffen er dreht sich um und ne doch nicht ok da scheint jetzt einer zu sein und Alex das nicht checkt ok ok ich mein da flanken wir jetzt doch schöne ping jetzt raus soll man nicht so viel block hätten es bringt ja sowieso nichts ok der hat doch nicht mehr sein gold ab vergessen war denke ich einer von den anfängern ja also es ist auf jeden fall die wir stehen drauf äh steht denn hier rocket s s a v wahrscheinlich u das die rock also als nummer steht drauf rock minus 1 1 minus 6 0 0 ja die ist von rocket und jetzt habe ich eben eine maus von madcats das ist die rt 7 und die auch ziemlich nice jetzt machen wir den letzten kampf ob wir irgendwas reißen können und am besten sparen wir gleich mal ok er hat sein apfel gegessen er spielt halt komplett ohne angel hier konnten wir trotzdem einen nice king absahnen okay ok ok oder hoffenheit ok ich glaube diesmal lägen nicht ich kann ja die alte 12 mit gilt Aber wir essen nochmal einen goldenen Apfel. Oh nein, er lebt wieder. Ah! Okay, er geht zurück und isst einen goldenen Apfel. Oh mein Gott. Hoffentlich sind die jetzt gleich nicht alles, sonst habe ich richtig harte Licks. Okay, er hat glaube ich auch solche Probleme wie ich. Aber Kollege, ich weiß von wo du... Ja, egal. Ich weiß, mit was du leben musst. Naja. Wann euch das trotzdem gefallen hat, dieses Video, dann lass doch eine positive Bewertung da. Und mich würde es freuen, wenn... Ihr... Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!